Doch, eine Armbrust. Armbrust lasst die liegen. Nee. Ich bin krass mit der Armbrustkappe. Basiert. Okay. Wir schon sehen, ja. Wir packen jetzt ein Grappling, kommt rein und dann gebe ich ihn. Ich sehe halt gefühlt gar nichts in dem Dreck. Warum siehst du nichts? Hinter dir ist jemand, hinter dir ist jemand. Nee. Im Haus. Im Haus. Ah. Längst du da rechts? Weiß ich nicht. Du bist gerade die ganze Zeit langgerannt. Übel laut. Laut habe ich nebenbei auch kaum. Nimm die Shotgun in die Hand, Alter. Komm schon, Junge. Der wird jetzt grausiert. Boah, da ist doch jemand. Davor war jemand. Hinter der Halle, wo du jetzt gerade reinläufst. Wo du jetzt reinläufst. Rechts. Geh rechts raus. Da ist jemand. Da raus rechts. Da ist gerade jemand. Genau hier her gerannt. Cooler Junge. Da ist er. Da ist er. Ja. Sehen. Er rennt ihm hinterher. Da sind zwei. Da vorne ist noch einer. Ambos Schuss hört man nicht, das weißt du. Aber ich darf doch eh nicht auf die Rantron. Wenn du weißt, der rennt gleich irgendwo rein. Jetzt steht er. Ohoho. Wenn du weißt, er rennt irgendwo rein, dann kannst du doch schon mal drauf em auf den Eingang. Hink die Lappen hin? Irgendwie rum nicht gerade. Hinter dir ist noch einer. Nein, nein, nein. Da ist keiner. Ja. Das sind die Schuss-Shotgun. Nimm die Shotgun in die Hand. Nein, 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 nein. Da kommt der zweite von rechts und du bist tot in drei. Nein, da kommt die nicht. Nein, nein, nein. Der liegt vor dir. Loll. Dass er das überlebt hat. Okay.